jo leute hier ist der ball von den konsolenprofis mit dabei ist der gute svenscht aber vorab weil bevor ich jetzt hier zum spiel komme wir haben was ganz neues für euch das gute alte kann man das so sagen gute alte michael ja das würde ich mal so sagen deswegen das gute alte jetzt einfach mal eine runde ein schnelles spiel einfach nur unter rennen muss zu sagen wir haben es einmal zum waren fahren sage ich jetzt mal gespielt aber sonst sind wir wirklich eigentlich noch komplette anfänger würde ich jetzt mal behaupten und eins ist mir zumindest schon aufgefallen ist es mega confused sag ich jetzt mal manchmal hat man überhaupt nicht die peilung über das ganze hier aber es ist halt übelst funfaktor es ist einfach dumm geschicke es ist einfach dumm geschicke richtig strange wo ich noch mit zu kämpfen habe ist so dieses von oben aber jetzt durch meckern in der zweiten runde jetzt wie gesagt immer eine runde zum warmspielen gespielt ich komme schon besser klar muss ich sagen mit sie auch aktuell grad zweiter sogar über runde schon fast hier ja ich über runde schon hier den ersten da siehst du das einmal fahren wo er was er holt mich hat es gebracht komm herjungen mit dem hammer ist ja mal so diese diese toys die man da direkt die halten sich wirklich in grenzen so vom wert her es kommt ein bisschen wirklich aus fahrerisch geschick an würde ich jetzt mal so die ebene packen ja das kommt drauf an du musst ich muss mich als auch konzentrieren und dann bei mir läuft so nicht ganz rund das ist diese auffahrt bei mir läuft richtig da bist du doch oder die feuerwehrwagen kann ich da an dir vorbei so geil alter verpiss dich was ist das denn ich bin ich noch zweiter kurz vorm ziel was ist das denn alter geben wird nur sagen was ist das denn die überrundeten ficken mich und so kommt mich jetzt wurde wiederholen ich wäre so locker er ist er geworden rex game ich will nichts sagen was soll ich so ein jogger ist man zieht der ziel kommen oh mein gott warten auf spielerinnen endet mal schauen wir mal was kommt vielleicht noch ohne hinten dran wenn das jetzt funktioniert so drei runden jetzt schauen wir mal direkt auch das ist nur zweiter aber eigentlich ist er gewesen eigentlich eigentlich wäre es halt so gewesen mp bologen gibt es auch okay das ist das spieler level dann was ist von denen ist okay kann man jetzt beenden drücken nein 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 also weiter also der von faktor ist auf jeden fall gegeben wieder jeden fall da kann man eigentlich und seiner wir haben sehen sich darauf gewartet naja jetzt fliegt man es hören wieder raus aber ich gehe gleich wieder auf rennen nächste runde nicht direkt auch was finden also 23 rennen oder und dann schon mal ja ich werde schon absuchen bin ja schon absuchen hier ja wir fahren jetzt erstmal den ganz normalen modus hier das rennen weil es gibt ja noch die battle modus wo man sich so wegsetzen kann so er wird natürlich lustig lustig da werden wir mal schauen dass man das auch noch ein christ hier ja ich werde aber trotzdem mal sagen dass wir das fürs nächste video mal bereitstellen oder würde ich sagen auch mal den battle modus man muss ja dazu sagen das spiel ist heute erschienen genau das alles geht so flüssig läuft die rennen funktionieren schon reibungslos es geht auch schon gleich in die nächste runde schade ich hätte halt nur was mich jetzt so und so auffällt zum ersten ich finde es schade dass man wirklich schnelles spiel ein renn macht und dann wieder in die lobby fliegt das war nicht automatisch weiter sucht und weiter ins nächste runde rein schreibt man immer wieder neu starten muss aber gut es gibt zwar ja schnell wir verbrauchen aber trotzdem ich finde den überfluss weg cooler wenn man hat dann kein bock mehr hat kann man ja nicht dann mit der gruppe komplett das spiel verlassen aber gut immer so ein kleiner effekt nebenher kann ich alles immer vorsichtig sein noch nicht so kennt bin ich gerade ein bisschen ins nichts gefahren nein jetzt habe ich verkackt man jetzt bin schon da gefahren weil ich gegen so ein ding gefahren bin aber dieser pancake scheiße tut mir so hart an notfall ich muss durch jawohl wieso brenn ich wo ist der erste mal was ist das guck hier fast wieder runter gefallen scheiß auf den hammer kann man ja noch irgendwie abgeben hier ja wohl weg mit dem ich brauchen was neues pistole wenn du den autos damage macht irgendwann explodieren die oder nein jetzt bin ich wieder gegen die kacke gefahren bei mir ist aber auch null action karten wo sind denn die ganzen leute das wird sein es ist kilometer weit weg hier also ich werde kack hier so hart bei mir läuft das wird auf jeden fall deine aufnahme ich würde mal eins dazu sagen ich konzentriere mich auch mal hart fast runtergefallen ne wieso bin ich explodiert ich bin irgendwo aufgekommen explodiert mein auto hat wahrscheinlich hart schaden gehabt sieht man das irgendwo wie kaputt sein auto ist ach jetzt weiß ich ach wenn man gegen diese eine platte fährt wenn das auto anzutrennen kriegt bestimmt schaden ja gut ist die helft glaube ich ja richtig mist dritter der zweite war eine sekunde vor mir aber immerhin dritter und du eierst da noch rum oder was natürlich jawoll der volkski also das rennen ist schon mal nicht so meins ich glaube ich fall schon wieder von dieser platte jede verfickte runde fall schon der platte warten auf spieler ist nicht mehr durchs ziel gekommen doch alles klar jawoll immerhin war ich glaube ich egal glaube ich nicht oder ich weiß also ich habe jetzt wie gesagt drei verschiedene karten ausprobiert bis jetzt alle guten dinge ist reiner machen wir noch nicht so jetzt vielleicht noch einzeln dran auf jeden fall können die kommentare schreiben was sie ist im markt und schienzahlt oder ob ihr schon mal mich nicht überhaupt gespielt habt können alle sind nintendo klassiker und natürlich ob ihr es vielleicht auch habt dann so auch immer interessant und ob man dann vielleicht doch auch vielleicht hier mal ein paar leute hat mit dem man dann zusammen zocken kann vielleicht mal geschieht haben vielleicht mehr jetzt als dings das war hier vielleicht ein modus ja das macht dann bestimmt mega laune ich bin jetzt gerade aktuell zu zweit normal zu werden wenigstens zu dritt schon mal fest aber wenn man natürlich dann noch was dazu kriegt das wäre natürlich dann der mega fun sag ich jetzt mal richtig genau ihr könnt ja auch mal in die kommentare schreiben ob euch das gefällt und ob ihr noch mehr davon sehen wollt oder nicht das müsst ihr dann entscheiden yes of course das ist jetzt so jetzt wollen wir wieder top 3 ist hier wieder ziehe ich sie schon so micro machines getrihardet mechse aus mir schon mal wirklich auch gut ist man findet ratzfatz hat spielspiel seit heute draußen aber man findet hat direkt games mit voller lobby hatte ich wohl gerade so durchgereicht also er hat gibt dem millionen schubser so durchgereicht ist die aus weg mit dir du bist hinter mir eine kiste ich nur weil du mich abgeschossen hast du hängen geblieben Alter, der hat mich fast runtergejumpt. Ah, wieder in den Blitz gefallen. Ich sag, ich war immer in den Blitz. Jetzt hast du mich gebumst. Es gibt die Rache. Nein, guck dir's an! Ich werd schon wieder gepunigt. Oh, der Hammer ist gut. Oh mein Gott, schon wieder. Ich wurde jetzt dreimal hintereinander vom Hammer gepackt. Ich würd sagen, wir haben jetzt ein bisschen overpowered. Boah, ey, wenn du einmal triffst, bist du direkt kaputt, Mann. Ich bin jetzt dreimal, wie gesagt, vom Hammer getroffen worden. Da ist ja die Pistol nichts dagegen. Oh, Alter, ich bin der erste in Heavy Evil. Gib Gas! Scheiß Karre, nein. Ja, aber jetzt hab ich noch mal einen runtergestürmt. Wer pisst sich? Ah, da bist du ja wieder. Oh, Alter, es gibt so nicht. Der vorne ist der zweite und der erste, ne? Die sind vor uns. Let's go, Alter. Boah, jawohl. Der Hammer. Da kann man sich ja auf den Hammer freuen, ey. Oh, verpisst dich von mir. Ah, du hast nur die Waffe. Nein! Nein, wieder in dem Kackding. Jawohl, ich hab aber eingestradet, ey. Mann, ich fahr jede Runde durch diesen Blitz. Ist das ein Joke, ey? Ey, haut mich mit dem Hammer weg, wird zum Chargen. Jawohl. Mach doch nicht diesen, Alter. Verpisst dich. Ey, was bist du denn für ein... Ey, was bist du denn für ein... Eine, das ist so close. Hier, nimm das. Nein, das hat nicht funktioniert. Nein, das gibt's doch nicht. Ich bin so ein Idiot. Oh, Alter. Oh, no. Das ist alles ein Meme. Oh, mein Gott. Dritter. Oh, no. Verpisst dich. Ja, ich hab ihn zum Explodieren gebracht. Hör auf zu heulen. Du bist Dritter. Oh, immerhin Zweiter. Ich hab ihn mit der Pistol abgeballert. Er hat sich noch auf den Dritten katapultiert, ne? Also, der Panzer, der gefällt mir, Alter. Der Panzer, mit dem kann man das hier wirklich schon machen, Alter. Oh, das war richtig funny. Funny, funny, funny. Das war richtig Laune. Wenn jetzt mal Raphs das, wie gut der Hammer eigentlich ist, dann... Der Hammer ist überstrong. Mega, ja, One-Hit, ne? Ja. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir hier das Ganze. Wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, lasst mal auf jeden Fall ein Like da irgendwas, dass wir ein kleines Feedback vielleicht für das Game bekommen. Das wäre auf jeden Fall richtig geil. Es folgen auf jeden Fall jetzt erstmal noch ein paar weitere Videos von dem Game und dann schauen wir mal, wie es ankommt, würde ich sagen, oder? Das ist so ein Wanderruf, ja. So, alles klar. Auf jeden Fall, vielen Dank für's Zusehen und bis zur nächsten Folge, ne? Bis dann, tschüssi.